Das Leitbild von uns Freien Wählern ist ja der Mensch im Mittelpunkt, die Regionalität und der ländliche Raum. Und ich glaube, gerade das sind diese Stärken, die wir auch hier im Bayerischen Landtag mit vertreten haben. Ich bin ganz stolz, dass wir die Studiengebühren abschaffen konnten und so jetzt auch 500 Millionen Euro in die Bildung stecken können, einschließlich das kostenfreie Kindergartenjahr. Mich freut es auch umso mehr, dass wir mitgearbeitet haben, das Ehrenamt tatsächlich in die Bayerische Verfassung mit aufzunehmen. Das ist ein sehr großer Erfolg der Freien Wähler. Und als Leiterin vom Arbeitskreis Soziales, Umwelt, Landwirtschaft und Gesundheit sind es natürlich die weichen Themen, die die Menschen dann hier aber in jedem Lebensbereich mitbewegen und mitbetreffen. Und da arbeite ich sehr gerne mit. Besonders am Herzen liegt mir selbstverständlich die Landwirtschaft, weil alles, was hier den bäuerlichen Familienbetrieb stärkt und das Eigentum schützt, das bringe ich hier im Bayerischen Landtag mit ein. Und dafür habe ich jetzt die letzten fünf Jahre viel mitgearbeitet. Vielen Dank. Vielen Dank.